Nummer 5 Der BIMA HP090 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Heizlüfter, der sich perfekt für die Beheizung von mittelgroßen Räumen eignet. Mit einer maximalen Leistung von 2000 Watt und zwei Heizstufen garantiert dieser Heizlüfter eine effiziente und schnelle Beheizung. Eines seiner besonderen Merkmale ist der mitgelieferte Montagesatz, mit dem er sich leicht an der Wand befestigen lässt. Diese Option ist besonders vorteilhaft für diejenigen, die Platz sparen und eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum wünschen. Die einfache und intuitive Bedienung sind weitere positive Aspekte dieses Heizlüfters. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Der Splendid Caldo Sky ist ein hochwertiger Heizlüfter mit zahlreichen Funktionen, die ihn zu einem vielseitigen und praktischen Produkt für den täglichen Gebrauch machen. Eine der interessantesten Eigenschaften dieses Heizlüfters ist die Möglichkeit, ihn per Smartphone zu steuern, sodass die Temperatur und der Timer von überall im Haus eingestellt werden können. Der Heizlüfter ist auch mit der Sprachsteuerung kompatibel, was die Nutzung noch komfortabler macht. Eine weitere nützliche Funktion ist der Sensor für offene Fenster, der den Betrieb des Heizlüfters automatisch stoppt, wenn er einen Luftstrom aus einem Fenster erkennt. Diese Funktion spart Energie und sorgt für mehr Sicherheit. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3 Der Heizlüfter Argo Chic Silver ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Gerät, das sowohl im Winter als auch im Sommer verwendet werden kann. Mit einer maximalen Leistung von 2000 Watt bietet er eine schnelle und effiziente Wärmeverteilung und ermöglicht es Ihnen, Räume schnell zu erwärmen. Eines der am meisten geschätzten Merkmale dieses Heizlüfters ist das LCD-Display, mit dem Sie die eingestellte Temperatur leicht überwachen können. Darüber hinaus ist die Eco-Funktion eine gute Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig eine angenehme Raumtemperatur aufrecht zu erhalten. Diese intelligente Funktion ist besonders nützlich für alle, die umweltbewusst sind und ihren ökologischen Fußabdruck verringern wollen. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 2 Unter den zahlreichen Heizlüftern, die auf dem Markt erhältlich sind, zeichnet sich dieses Modell von ADES durch seine Vielseitigkeit und fortschrittliche Funktionalität aus. Mit einer maximalen Leistung von 2000 Watt bietet dieses Gerät das richtige Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz und hoher Leistung. Eine der Stärken dieses Heizlüfters ist seine Fähigkeit, sich an verschiedene Umgebungen anzupassen, einschließlich des Badezimmers. Die Schuhzart EP22 bietet ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit, sodass der Heizlüfter auch in Waschräumen sicher eingesetzt werden kann. Ein weiteres interessantes Merkmal ist der Wochentimer, mit dem der Heizlüfter so programmiert werden kann, dass er sich während der Woche ein- und ausschaltet. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1 Dieser Leistungsstärke und vielseitige Black- und Decker Heizlüfter bietet Komfort und Wärme in jedem Raum. Mit seiner maximalen Leistung von 2000 Watt heizt er selbst die größten Räume schnell und effizient. Eine seiner beliebtesten Funktionen ist die Wochenzeitschalt-Tour, mit der das Gerät so programmiert werden kann, dass es sich während der Woche ein- und ausschaltet. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die nach Hause kommen und eine warme und gemütliche Umgebung vorfinden möchten, ohne den Heizlüfter den ganzen Tag über anlassen zu müssen. Der Heizlüfter verfügt außerdem über zwei Leistungsstufen, mit denen der Benutzer die Intensität der Wärme an seine Vorlieben und unterschiedlichen Heizbedürfnisse anpassen kann. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.